Die Aldavra-Riesenschildkröte kann über 250 Jahre alt werden, die Islandmuschel sogar über 500 Jahre und der Grönlandwall erreicht auch mal stolze 200 Jahre. Toppen kann das nur noch einen Riesenschwamm, der auf dem Meeresboden in der Antarktis lebt. Der kann über 10.000 Jahre alt werden. Herausgefunden haben das Forscher an seinem Sauerstoffverbrauch. Mehr zum Staunen findest du in der Galileo-App.